Mit übermäßigen Sitzen wie im Büro und im Auto konditionieren wir unsere Oberschenkel dazu, sie ständig zum Bauch zu ziehen. Sogar während des Schlafens nehmen wir die schlechte Sitzhaltung samt angewinkten Beinen mit ins Bett. Diese Fehlbelastung führen häufig zu allseits bekannten Rückenschmerzen. Was können wir gegen dieses täglich auf uns einwirkende Problem tun? Die simple Antwort darauf ist, die heilende Wirkung der rückbeugenden Brücke in unser Leben einschließen zu lassen. Mit der Brücke wird die verspannte vordere Körperseite nämlich aufgedehnt. Zudem bietet sie auf geniale Weise ein ganzheitliches Krafttraining für unsere Arme, Beine sowie den Rücken. Dadurch erhalten wir eine schöne aufrechte Körperhaltung, mehr Ausstrahlung, erholsameren Schlaf und ein entspannteres Gemüt. Selbst wenn die Brücke nicht den Ding ist, so bieten bereits unsere zahlreichen Vorübungen eine enorme Entlastung für dich. Da ist für alle was dabei. Klick jetzt auf den Link in der Beschreibung, um mehr zu erfahren. Kamal